Ja, willkommen zurück. Ich hab vergessen, den Aufnauer-Button zu klicken, aber alles egal, wir sind eh gestorben. Könnte da so schlimmer sein. Also hier ist es so dunkel. Aus dem Zimmer kommt kein Mucks, abgeschlossen. Ist da jemand? Ja, bitte schon. Ich brauch deine Hilfe. Brauchte aus, seit zum Geräusch gehört. Muss mein Vater sehen. Du musst mir den Schlüssel im Zimmer besorgen. Okay. Du hörst dieses Rätsel und du findest ihn. Hör genau zu, denn ich werde ihn nicht wiederholen. Oh Gott, ey. In den Schatten lauernd, in Bestürzung verloren, hart der goldene Glanz, bis das Tageslicht wird geboren. Also in der Dunkelheit, ja? Okay. Bis Tageslicht. Im Morgengrauen, wenn die Tiere aufstehen, musst du vom Nordstehen geleitet deinen Weg weitergehen. Vom Frohen zwitschern gelockt, folgt die Hoffnung im Nu. Wende dich zum Führung dem barmherzigen Galgen zu. Die Glocken werden deinen Untergang kundgeben. Solltest du dich nicht für den Sonnenaufgang im Osten beten. Er nähert sich durch die lauten, geschnarrenden Pforten und wolkt von Angst. Lass dich still sein, dein Eskorte. Oh Gott, Alter. Was? Hey, es sollte doch, oder nicht? Kann nur 30 Jahre dauern hier wieder, Leute. Es tut mir das vielleicht. Ach, muss ich auch einfach. Was ist... Scheiße! Rätiert mich so hart, ne? Das Schessrätsel. So, erstmal nach oben. Dann gehen wir nach hier rüber. Dann gehen wir wieder hoch. Dann bleiben wir stehen. Was war bei den Glocken? Also müssen wir nach da hin. Gehen wir da hin? Oh Gott. Gehen wir jetzt da hin? Das ist etwas unter dem Teppich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so ein Genie. Er hat zehn Minuten gedauert. Ah ja. Ich hasse dich. Ich hab deinen Schlüssel. Sehr gut. Dann mach jetzt die Tür auf. Ich geh speichern. Ganz im Ernst. Das geb ich mir nicht nochmal. Ich werd das auch versuchen zu cutten. Das war einfach nur Hölle. Ganz im Ernst. Das war einfach nur pure Hölle. Ja. Ja. Okay. Wir sind grad gestorben. Könntest du mich verarschen? Ja. Oh nee. Alice. Alice. Ich dachte es wirklich. Du könntest mich täuschen. Nicht wahr? Keine Angst. Mein Liebster Alice. Ich dir ein getreue Gönner werde pünktlich. Du musst doch nicht etwas unschuldiges Golden abmachen umsonst. Ach, ich kann gar nicht so schnell leben. Diese Stimme. Oh, ich weiß auch nicht. Komm mal hier wieder raus. Pass das, diese Ohren. Oh, super. Oh, okay. Wir speichern mal kurz. Ich finde das hier wie so ein Albtor, ist das auch wirklich kein Problem. Und natürlich nicht, meine Liebe. Du bist hier sicher, kein Grund zu sorgen. Und was ist mit deiner Familie? Das ist etwas anderes. Du hast nichts mit uns zu tun, meine Liebe. Und was ist mit deiner Tochter? Was soll ich mit ihr sein? Ich würde sie hierunter nicht leiden. Um diese Probleme werde ich mich bald kümmern. Doch nun genug davon, meine Liebe. Machen wir uns in die Zukunft keine Sorgen. Was für ein unschönes Gespräch. Da drin sind Leute. Ich fühlte es verlangen, dass ich die Gemälde eines Jungen, der einen gehörenden Dämonen kommen will. Eine junge, elegante Frau posiert gelassen mit einem heiteren Gesichtsaustausch. Ohne ich liegt der Schmetter auf dem Boden. Da gibt es natürlich überall verstreut. Ah, jetzt auch egal. Geländen. Mich umbringen? Nicht mit mir. Nee, da will ich nicht rein. Du wagst es mir mit Ungehorsam zu begegnen. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dein Zimmer nachts nicht verlassen? Tut mir leid, Vater. Das letzte Mal, dass du meine Befehle missachtest. Geh in dein Zimmer und komm erst wieder raus, wenn ich es dir sage. Hast du das verstanden? Ja, Vater. Die Arme. Eine kaputte Weinflasche. Ich habe verschiedene Alkoholische Getreide, jetzt auch ein Glaswagen. Oh, perfekt. Wo hast du denn? Habe ich? Ich habe überall nach dir gesucht. Tut mir leid, es ist nur, ich habe seltsame Geräusche gehört, als du fort warst. Ein seltsames Geräusch? Ja. Hast du das denn nicht gehört? Nein, habe ich nicht. Aber viel wichtiger geht es dir gut. Mist, du hast dich doch nicht verletzt, oder? Nein, nein. Mir geht das gut. Dann bin ich ja froh. Du sollst hier aber nicht allein herumspazieren, verstehst du? Ich... Kein Wenn und Aber, Miss. Dieses alte Haus kann sehr gefährlich sein. Du könntest dir wehtun, wenn du dir so glos herumspazierst. Es tut mir leid, Happy. Ist schon in Ordnung, Miss. Ich bin einfach froh, dass du gesund und munter bist. Es tut mir leid, Happy. Ich habe nur Sorgen um dich gemacht. Sorgen um mich? Weil diese Geräusche schon so laut waren. Und weil du... Weil ich? Ach nein, es ist nichts. Ich dachte nur, du hast dich vielleicht verletzt. Ich mache dir um mich keine Sorgen, Miss. Trotzdem danke. Komm, lass uns reingehen. Du bist bestimmt ziemlich müde. Hier gehen wir. Gib mir deine Hand, damit du dich nicht verirrst. Okay. Oh, hallo? Aber ich kann nicht. Happy? Ja? Warum ist es hier so drin so dunkel? Oh, tut mir leid, Miss. In diesem Gang gibt es keine Beleuchtung. Und draußen ist es schon ziemlich finster. Aber ich kenne den Weg. Also kein Grund zur Sorge. Verstehe. Na gut. Wir sind da, Miss. Mhm. Mhm. Geht es dir gut, Miss? Mein Kopf tut weh. Du musst müde sein. Äh, ja. Ich vergehe schon. Keine Sorge, Haffi. Bitte sag Bescheid, falls es nicht besser wird. Dann mache ich dir einen Tee. Danke, Haffi. Komm, setzen wir uns. Im Sitzen unterhält man sich am besten. Haben wir uns nicht eben zu halten? Wollte ich mich nicht schlafen legen? Wo warst du denn die ganze Zeit, Miss? Oh, ich. Ich war auf der Etage über dieser, das Geräuschchen von oben zu kommen. Also, du hast dich da nicht hingehen sollen, Miss. Ich. Ach, ist schon in Ordnung. Ich bin nicht sauber. Ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht. Du musst nicht so ein Gesicht machen, Miss. Es tut mir leid, Haffi. Nein, mir tut es leid, dass ich so lange gebraucht habe. Egal wo. Wo sind wir denn hier? Oh, das ist ein ganz normales Anruf. Ah, verstehe. Ich bin so froh, dass du sicher bist, meine Liebe. Trotzdem machst du einen etwas verwirrten Eindruck. Ich würde gerne etwas fragen, Haffi. Bitte nur zu. Ist außer dir sonst noch jemand in diesem Haus? Wie meinst du das? Oh, ich. Entschuldige. Ich wollte dir keine Angst machen, aber ich glaube, ich stimme gehört unten. Stimm? Ja. Ich muss dich enttäuschen, Miss. Außer uns beiden ist hier niemand. Bist du dir sicher? Ja. Er hat bestimmt nur die Fantasie einen Streich gespielt. Ich weiß ja nicht. Ja, er wurde gejagt und mehrfach umgebracht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Du musst wahnsinnig müde sein, mein Mann. Süße sein. Ruhig dich doch einfach aus. In den oberen Stockwerken. Oh nein. Was ist denn? An deiner Strickjacke fehlt ein Knopf. Oh, das tut mir leid. Das war gar nicht aufgefallen. Das tut mir wirklich leid, meine Lieber. Ich habe ihn wohl nicht so aber angenehm. Nein, nein. Mir tut es leid. Ich habe ihn schließlich verloren. Ich werde dir von oben einen neuen Knopf holen. Möchtest du mitkommen? Ja. Ja, warum nicht? Dann lass uns gehen. Hm. Ich habe hier eine Tischmaniere. Wenn angekündigt wird, das ist es nicht fertig. Ich habe mal einen Ruf, umgehend zu folgen, damit keine Unanmöglichkeiten und Verspätungen entstehen. Was ist? Hm. Es ist Zeit für mein Schläfchen. Ich kann's gar mal behalten. Warum machst du ein Schläfchen denn nicht gleich? Nein, nein. Wenn mein Schönheitsschlaf nicht perfekt ist, fallen mir die Blätter ab. Was ist denn da meine Früchte? Ich bin nicht ein Fremdwort, oder? Ich beginne in Countdown. Eins und zwei und drei. Beste Stunde. Oh, lass mich noch lange nicht gesehen. Verstehst du? Ich bin nicht... Binde dich. Du benimmst dich doch endlich wie einen Gewachsener. Oh, friches rote Farbe auf dem Boden befleckt, den Holzfliesen. Erzüglich verschiedene einsatzbare Utensilien. Rote Wasser. Brabes Mädchen. Schleißiges Mädchen. Liebenswertes Mädchen. Steht unbenutzt da. Kleine Wand ist leer. Mhm. Mein Gott, dieser Zettel. Äh. Warte, was? Ist er im Kreis gelaufen? Oh nein, Alter. Ein Halk als Komiker liegt lange nach hinter mir. Ich habe mich im Moment in kurzer Meditation verschrieben. Oh, du hast siebzig Talis, meine, schön für dich. Hallo, Kleine. Wärst du vielleicht ein größer Interessiert bei Talis? Riechen bekommt mir vielleicht eine Belohnung. Ja. Ja. Mathematik. Äh. Äh. 1 mal 3. Äh, nee, 2 mal 3 wären 6. 3. 3. Wird schon. Hier ist eine Belohnung. Ja. Klug. Guten Tag. Ich habe mir ein paar gegritzelt. Hier ist noch nicht mal etwas. Ich ziehe sie der Stimme meines Lärches, meines Broters, meines Vaters vor. Auch das Stimme habe ich nie gehört, aber sie soll sanft und liebevoll gewesen sein. Meine eigene Stimme allerdings, sie hasse ich am meisten. Ist auch ein Bild. Hm. Oh Gott, Alter. Ich will gar nicht wissen, ob ich irgendwas über Sehen habe. Ich bin ein Genie. Ich bin ein Genie. ich sollte mit habe mit ja wie denn nicht weg das ist dieser dunkle dunkle gang wenn er das auch irgendwann ja oh mein gott ich will nur speichern verstehe gar nichts tschuldige meine liebe ich glaube ich bin ein bisschen zweit rausgegangen und ein schönen ordnung hat mich nur gefragt wohin bist ja ich habe mich dreißig mal verlaufen ihr wollt ihr keine angst machen habe ich wo sind wir sag mal miss was was ihr was denn erinnerst du dich an diese komode nein hier setzt sich ja sollte ich die komode erkennen nein nicht wirklich ich habe mich nur aus neugier gefragt sonst nichts aber wenn du mich dann das fragst hast du ja ist kein problem wenn du dich nicht willst aber darf ich deinen haar bürsten meine haare ja ist das ist etwas was ich schon sehr lange tun wollte ja natürlich darfst du das danke meine liebe dafür bin ich dir sehr dankbar konntest du mir dann bitte die haare bürste reichen ja klar dieser kam ist wahnsinnig schicker wie gehört er wirklich dir ja tut er meine familie hat die mir vor langer zeit geschenkt verstehe das klingt vielleicht komisch aber ich glaube ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen vielleicht kommen wir deine erinnerung zurück ja was ist denn meine liebe kannst du mir bitte etwas mehr über mich erzählen ich verrate dir gerne was ich weiß leider ist es nicht viel aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem ich freue mich über jedes bisschen männer tut mir leid bist du mir nicht entschuldigen ich kann deine neugier verstehen meine liebe aber könntest du mir erst bitte den kampf reichen entschuldige hafi ja sag mal setz dich jetzt bitte aufricht hin und leg dein ende auf den schoß ok wenn also schönes langer sollte ich wollte ja nicht verheddern oder danke für das dass du mir die haare kämpfst musst du nicht danken schließlich habe ich dich gefragt ob ich überhaupt darf du bist ein richtig süßes mädchen miss auch wenn die bestimmte umstände gewisse schwierigkeiten bereiten meinst du das du musst dir mehr selbstvertrauen haben du bist ganz allein soweit gekommen also wird es zeit an deine fähigkeiten zu glauben du hast vermutlich recht du magst dich vielleicht nicht so sehr aber du bist ein sehr flüssiger mensch niemand außer dir weiß welche hürde du auf deinen reisen überwunden hast nur du kannst deine ziele deine ängste und deine eigene stärke kennen aber es ist Zeit dass du dich zusammenreist meine liebe schluss mit den zaudern schluss mit den zweifeln du musst deine pflicht erfüllen die ganze wie ungeachten der konsequenzen hafi du bist lange genug weggelaufen es ist leichter sich auf ein fahr zu verlieren und selbst ich selbst ich bin mehr als graus und missverständnis hafi aber du bist anders du bist mehr als die summe deiner fehler deine ängste du bist mehr als deine pflichten aber schon wieder bei deiner wahnsinnig ey es wird zeitlos zu lassen meine liebe gib die zypel deines lebens aus der hand und vergiss deine ängste ich werde bei dir sein und ich werde dich beschützen alle die glühende rote augen haben bedeuten nie was gutes hafi das geht hier vorsicht bei mir bist du sicher erreicht schlechtes ende nummer zwei was 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 das habe ich ein schlechtes ende okay dann ja sehen uns in der nächsten folge was